In dieser Lektion sehen wir uns an, was Fähigkeitsindexe sind und wofür sie stehen, wenn es um die Fähigkeit einer Maschine oder Prozess geht, Merkmale herzustellen. Und damit noch mal herzlich willkommen zu dieser Lektion, die im Wesentlichen zwei Lernziele hat. Nach dieser Lektion sollten Sie die gebräuchlichen Begriff und Zusammenhänge rund um Fähigkeiten kennen. Sie sollten außerdem die verschiedenen Arten von Fähigkeitsindizes kennen und wissen, was sie darstellen und wofür sie ein Maß sind. Des Weiteren sollten Sie in der Lage sein, anhand einer Fähigkeitsindexzahl zu beurteilen, inwieweit ein Prozess oder eine Maschine geeignet ist, fehlerarme Produkte zu produzieren. Dazu ist diese Lektion in zwei Kapitel aufgegliedert. Im ersten Kapitel sehen wir uns die wesentlichen Begriffe und Zusammenhänge zur Berechnung der Fähigkeitsindexe an. Im zweiten Kapitel beurteilen wir dann Prozesse anhand der Fähigkeitsindexe. Los geht's mit den wesentlichen Begriffen und Zusammenhängen zur Berechnung der Fähigkeitsindexe. Ausgangspunkt ist wieder der hier bemaßte Durchmesser eines Kolbens. Dieser soll auf einer Drehmaschine hergestellt werden. Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob die Maschine oder die beteiligten Prozesse geeignet sind, dieses Merkmal innerhalb der geforderten Toleranz herzustellen und das mit einer ausreichend großen Sicherheit. In einer der vorigen Lektionen hatten wir die Begriffe Genauigkeit und Präzision näher erklärt. Davon ausgehend haben wir uns angesehen, was Streuung und Prozesslage sind. Beides Prozesseigenschaften, die bei der Berechnung von Prozessfähigkeitsindexen eine wichtige Rolle spielen. Da diese Grundlagen sehr wichtig sind, seien sie an dieser Stelle nochmal kurz wiederholt. UGW und OGW stehen für den unteren bzw. den oberen zulässigen Grenzwert des Produktmerkmals. Eine Maschine oder ein Prozess sollen nun mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit Teile herstellen, die innerhalb der zulässigen Toleranz liegen. Um diese Wahrscheinlichkeit berechnen zu können, müssen die Toleranz, die Streuung der Werte und die Prozesslage berücksichtigt werden. Veränderungen in der Streuung und oder der Prozesslage können zu Teilen führen, die nicht mehr der Spezifikation entsprechen. Der Fehleranteil, also der Anteil eines Produktmerkmals außerhalb der Spezifikation, wird mit Alpha abgekürzt. Da wie schon mehrfach erwähnt die Fläche unter der Kurve 100% aller Werte einschließt, beträgt ihre relative Größe 1. Somit ist der Anteil an Produktmerkmalen, die innerhalb der Toleranz liegen, 1-Alpha groß. Die Überschreitung der Grenzen kann symmetrisch sein, also auf beiden Seiten gleich, wie auf der linken Seite gezeigt. Oder sie kann auf einer Seite größer sein als auf der anderen, wie auf der rechten Seite dargestellt. Man kann im Prinzip zwei Fähigkeitsindexe unterscheiden. Der eine berücksichtigt nur die Streuung der Werte, der andere berücksichtigt zusätzlich noch die Prozesslage. Es gibt zwar weitere Differenzierungen in den Benennungen, aber nicht in der eben genannten grundlegenden Berechnung. Bei der Berechnung des Potenzials für die Maschine oder des Prozesses wird nur die Streuung und die Toleranz berücksichtigt. Hier wird die Toleranz durch das Sechsfache der Standardabweichung geteilt. Bei der kritischen Maschine- oder Prozessfähigkeit wird neben der Streuung auch noch die Prozesslage berücksichtigt. Es wird der kleinste Abstand von Prozesslage zur Spezifikationsgrenze ins Verhältnis zum Dreifachen der Streuung gesetzt. Das Potenzial sollte immer besser sein als der kritische Index, damit man noch einen Puffer für eventuelle Verschiebungen der Prozesslage hat. Abhängig davon, was man untersucht und zu welchem Zeitpunkt die Untersuchung stattfindet, werden verschiedene Formelzeichen verwendet. Merken sollten Sie sich, dass das C für das englische Wort Capability, also Fähigkeit, steht. M für Maschine und P für Prozess. Das kleine K hat seinen Ursprung aus dem Wort der japanischen Sprache, welches übersetzt so viel bedeutet wie Versatz, also für einen Versatz oder Verschiebung der Prozessmitte steht. Im Deutschen wird das K gerne zweckentfremdet für das Wort kritisch, meint aber im Prinzip das Gleiche. So, hier sehen wir nochmal in Gänze die verschiedenen Formeln. Wie schon erwähnt, unterscheiden sich diese für die Maschine und den Prozess nur in der Benennung, nicht aber in der Berechnung. Bei der Berechnung der kritischen Fähigkeitsindexe muss man halt gucken, ob die Prozesslage dichter an der oberen oder unteren Spezifikationsgrenze ist. Auf der Seite, wo die Prozesslage dichter an der Grenze ist, ergibt sich auch der relevantere Fähigkeitsindex. In einer der früheren Lektionen hatten wir die Streuungsintervalle bzw. Vertrauensbereiche besprochen. Dort hatten wir gesehen, wie viele Werte sich zum Beispiel im Bereich von plus minus drei Standardabweichungen befinden, nämlich 99,73 Prozent. Oder im Bereich von plus minus dem sechsfachen der Standardabweichung. Das waren 99,99999 acht Prozent aller Werte. Und genau so eine Aussage versteckt sich auch hinter den Fähigkeitsindexen, wie wir sie im Folgenden sehen werden. Wenn wir also die Toleranz ins Verhältnis zur Streuung setzen, dann erhalten wir den Fähigkeitsindex. Ist zum Beispiel die Toleranz sechsmal so breit wie die Standardabweichung, so erhält man einen Fähigkeitsindex von 1. Es würden sich 99,73 Prozent aller Merkmale innerhalb der Toleranz befinden. Ist die Toleranz hingegen achtmal so breit wie die Standardabweichung, so erhält man einen Fähigkeitsindex von 1,33. Es würden sich dann schon 99,9937 Prozent aller Werte innerhalb der Toleranz befinden und so weiter. Je höher also der Fähigkeitsindex, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Maschine oder Prozess Produktmerkmale herstellt, die innerhalb der Spezifikation liegen. In diesem kurzen Kapitel möchte ich die Essenz des eben Gelernten noch mal gesondert hervorheben. Fangen wir mit den Maschinen und Prozesspotentialen und dem ganz rechten Bild an. Ein Maschinen- oder Prozesspotential von kleiner 1 ist nicht akzeptabel, da das bedeutet, dass sich weniger als 99,73 Prozent aller hergestellten Produktmerkmale innerhalb der Spezifikationsgrenzen befinden werden. Ein Qualitätsniveau, das nicht akzeptiert werden kann. Ein Potenzial zwischen 1 und 1,33 ist problematisch, da eine Verschiebung der Prozesslage hier noch nicht berücksichtigt ist und einen erheblichen negativen Einfluss haben könnte. Der Wert sollte auf jeden Fall über 1,33 verbessert werden. Maschinen- oder Prozesspotentiale von über 1,33 sind ein Zeichen, dass eine fehlerarme Fertigung möglich ist. Je nach Kundenforderung können unterschiedliche, höhere Anforderungen an die Fähigkeitsindizes bestehen. Forderungen von 1,67 oder 2 sind durchaus gängig. Bei den kritischen Maschinen- und Prozessfähigkeiten verhält es sich genauso. Werte von unter 1 sind nicht akzeptabel. Abhängig vom Zeitpunkt der Datenerhebung und der Bedeutung des Merkmals sind Forderungen an die Maschine oder Prozessfähigkeit von 1,33, 1,67 oder gar 2 üblich. Auch diese hängen von den Kundenforderungen ab. Beispiele für die Berechnung dieser Indexe folgen in einer der späteren Lektionen. So, das waren jetzt sicher eine ganze Menge an neuen Informationen. Deshalb möchte ich zum Schluss die drei wichtigsten Kernaussagen noch einmal zusammengefasst wiedergeben. Die Fähigkeitsindexe treffen eine Aussage darüber, inwieweit eine Maschine oder Prozess geeignet ist, ein Merkmal innerhalb der geforderten Toleranz herzustellen. Übliche Fähigkeitswerte sind 1,33, 1,67 und 2. Das Maschinen- und das Prozesspotenzial berücksichtigt nur die Streuung der Werte im Verhältnis zu den Spezifikationsgrenzen. Die kritischen Fähigkeitsindexe berücksichtigen zusätzlich die Prozesslage. Wenn Sie diese Lektion hilfreich fanden, dann lassen Sie es mich bitte wissen und hinterlassen einen Kommentar. Vielen Dank dafür, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal!